ARD Text im Auftrag von Funk Immer gerne her damit. Okay. Na komm. Handeln wir mal. Du trägst mal den ganzen Schrott. Bitte, sei so gut. Das ist ja alles schwer. So. Weiter. Was haben wir noch, was du tragen kannst? Ja, ich hole mir dann eh alles wieder. Somit ist es eigentlich egal. Zwei von denen kannst du auch noch haben. Zwei von denen kannst du auf jeden Fall auch noch haben. Die Schlagstöcke kannst du auch haben. Theoretisch, wenn ich eher auf das anstatt das. Somit kannst du auch die Institutpistole noch diese haben. So. Danke Hund. Dogmeat. Unser kleiner Packesel ab und zu. Aber das gehört halt dazu. Da drüben ist noch Oh, Institutgewehr. Nice. Boah, das hätten wir fast übersehen. Boah. Das wäre nicht gut gewesen. Ich speichere mal schnell. Okay. Komisch Raumschlüssel. Ja. Alles mitnehmen. Okay. Laborstation. So. Mach mal auf den Kasten hier. Ach ja. Ja. Überfälliges Buch. Laborstation. Okay. Tresor. Oh Mann. Das kann ich nicht. Und das kann ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Schade, schade. Schade. Okay. Was ist eigentlich mit dem Impro? Dem Gewehr. Institutgewehr. 17 Schaden. Oh, das ist aber nice. Lasergewehr. Okay. Aber uns, das macht mehr Schaden. Dafür hat das etwas mehr Feuerrate. Saison ist alles ähnlich. Ich bin mal gestanden, was man daraus noch bauen kann. Okay, okay. Bin ich auf jeden Fall gespannt, ob wir daraus was Schönes machen können. So, jetzt sollte es hier weitergehen dann. Ja, wenn du warten würdest. Oh Mann. Warten ist echt nicht seine Stärke. Aber sowas von nicht. Den könnte ich hier natürlich hacken. Aber das will er nicht. Tja. Ja. Ah ja, safe. Das wär's. Patrone, Patrone, Funzionszelle. Ja, nehmen wir mal mit. Okay. Hier sind wir gekommen. Da könnten wir das Terminal benutzen. Terminal. Und da liegt noch ein Ja. Dann nochmal Ja. Okay. Das ist eine coole Sache. Das nehmen wir mit. Terminal. Obla. Nein, das lesen wir uns nicht durch. Was haben wir denn hier Schönes? Hm, nichts mehr Spezielles. Okay, der hat das Ding alles schon zerlegt. Wir nehmen es mit. Hier haben wir noch Sachen. Was haben wir denn hier noch? Hier noch irgendwas Brauchbares? Nicht wirklich. Hier haben wir auch nichts vergessen. Speziell die Elektro-Komponenten und so. Würde ich ungern liegen lassen. Die brauchen wir für die Geschütze. Und Geschütze kann man nie genug haben. Vor allem nicht in dieser Gegend, in der wir wohnen. Da kann man wirklich sich einfach nur mal eine Handvoll Geschütze vor die Tür stellen. Damit man da überhaupt ruhig schlafen kann. H-Klammer. Okay. Hier noch was? Nö. Nö. Okay, Knochen. Tja, nehmen wir die mal mit. Hier war ein Geschütz. Hier war ein Geschütz. Wo bin ich? Ah. Hier war ich. Hier hat er die Dinger verteilt. Da haben wir gesucht. Hier haben wir gesucht. Das haben wir gelootet. Das haben wir gelootet. Hier waren wir drin. Ähm. Okay. Hier ist noch eine Tür. Hier geht's noch runter. Oder sind wir hier gekommen? Hm. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht drin. Schrotpatronen. Echt übelst viel Krempel hier. Na komm. Lass mich raus. Geh. Ja, danke. Okay, hier können wir nicht weiter. Okay. Ein kleiner Geheimweg. Schauen wir mal hier noch. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, jetzt sind wir. Ah ja. Hier drin, wo wir ganz am Anfang rein wollten. Hier können wir das Terminal hacken. Das werden wir gleich machen. Mal schauen. Ich finde hier die Trial-and-Error-Taktik immer noch am besten. Boden-Safe. So können die eigentlich nicht mehr bezahlt werden. Okay. Presse. Hm. Okay. So. Hier wird's weitergehen. Aber. Ich bin mir noch nicht sicher. Doch, wir haben hier alles. Wir sind dann hier drüben runter irgendwo. Genau. Hier hinten sind wir vorbei. Hier sind wir runter. Hier haben wir alles. Ja, dann können wir mal weiter. Mal speichern. Okay. Letzter Halt. Dann heilen wir uns mal schnell. Ich hab so eine böse Vorahnung, dass hier gleich übelst Action geht. Gepackene Blähfliege. Eigentlich will ich so ein. Ja, wieso nicht? Okay. Dann mal. Immer feste drauf. Na, lauf. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Okay, okay. Man sieht's. Sieh dir das mal an. Die Gelehrten können sich hier ewig austoben. Mhm. Sieht übel aus. Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiterhören versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wieder herzustellen. Mhm. Okay, okay. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Okay, okay. Hier drin. Dann schauen wir hier mal. Kein Strom vorhanden. Okay, da drin liegt eine coole Waffe. Arbeiten wir uns hier mal vor. Mhm. Motorstart. Das. Hm. Legen wir das mal ein hier. Perfekt. Oh, er hat einen Highschoolabschluss. Alles gut, er weiß ich am Werkunterricht. Oh, guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Werkunterricht. Sollen Sie das hier mal im Werkunterricht machen? Meine Ingenieurskunst. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffe. Meine Schönheit. Mein Junkjet. Hm. Junkjet. Nice tile. Okay, okay. Pulsionskern nehmen. Mal gerne. So, Werkzeugkasten. Die werden wir auch mal öffnen, schnell. Nein. Verdammt. Jawohl. Cool. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Alles schön mitnehmen. So. Hm. Sprechen wir hier mal. Hm. 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 Nein. Null Treffer. Irgendwas mitnehmen. Cool. Ja. Passt doch. Hm. Energieoptionen. Ja, starten wir das Ganze mal. Gut. Gut. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergeschrieben. Riviler Rakete des Antriebskerns. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Auflage der Nettung. Wahrnehmung eingeschränkt. Ja. 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 Kling ein bisschen of small. Okay, wir glaube ich aktivieren das Ganze mal. 5, 4, 3, 2, 1, Triebwerk wird gezündet. Was war das optionale Ziel? Sehe ich hier nicht mehr. Okay. Ähm. Wir hatten Glück, dass das Arketen-Triebwerk gezündet hat, anstatt zu explodieren. Ii. Mh. Loot. Ganz viel Loot. Ja. Das wird uns übelst überfüllen. Ich seh's schon. Das ist sowas von klar. Ich nehm einfach mal alles auf und mal schauen. Ob ich dann was wegschmeiß oder... Ob der Hund das noch tragen kann. Hier müsste noch, ja, auf jeden Fall mal Munition. Schauen, dass ich alles hier mitbekomme. So. Wie schwer sind wir jetzt? Oh mein Gott. Ja, das wird etwas schwierig werden. Ich bin heute etwas speicherig unterwegs, aber... Es sei mir verziehen. Hey. Komm her. So. Du kriegst mal erst... Alles das. Und dann, 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 dann. Waffen. Haben wir hier Pistolen. Einen ganzen Haufen an Pistolen. Ähm. Alle, wenn's geht. Okay. Er kann ganze... Drei Stück. Dann ist's voll. Hm. Was könnten wir hier noch? Flanschnur Stahl. Ja, das weg. Eine Impropistole. Auf jeden Fall auch weg. Malpinsel. Alles, was... Ja, das wollen wir auf jeden Fall haben. Reagenz-Glashalter. Mhm. Mhm. Okay. Wie viel kannst du jetzt? Okay, zwei mehr. Verdammt, sind die Dinger so schwer? Okay, fünf. Ein ist fünf schwer. Okay. Schlagstöcke. Wert. Wert. Gewicht. Okay. So. Ich werd hier mal... ...einiges an Zeug wegwerfen. Und zwar mal auf jeden Fall... ...hier... ...drei Stück. Okay, das ist schon mal gut. Okay, das ist schon mal gut, die wiegen. Und... ...das hier wollten wir... ...ablegen alles. Okay, das reicht natürlich noch längst nicht. Ähm... ...tja, wir müssen noch mehr von den Pistolen ablegen. ...die Impro-Pistole... ...die können wir auf jeden Fall mal wegschmeißen. Ja, wir müssen da noch irgendwie so... ...ja, vier Stück ablegen. Oh Mann. Ich wollt sie nicht alle haben. Ich wollt nur eins haben oder zwei. ...drei. Hmm... ...so.